Hey, hey, Oliver Schirmer hier. Herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video möchte ich das Nummer 1 Geheimnis mit dir teilen, mit dem du schaffst, mehr Duplikationen in deinem Network Marketing Business zu erreichen. Und ja, es ist ein Geheimnis, welches eigentlich kein Geheimnis ist, aber wenn du mehr Duplikationen in deiner Downline haben möchtest, dann musst du schauen, dass es einfach ist. Dass Menschen, die verwirrt sind, ich schreibe das mal kurz hier. Verwirrte Menschen, die produzieren nicht. Machen wir auch mal hier so kurz als Stichpunkt mit dazu. Also wenn nicht klar ist, was ist die Aufgabe der Person, was sind die nächsten Schritte, was sollte sie jetzt genau machen, dann wird sie nicht produzieren, sie wird nicht ins Tun kommen. Und deswegen ist es wichtig, dass du von Anfang an deine Prozesse so einfach wie möglich gestaltest, dass jeder, der ins Team kommt, sofort weiß, beziehungsweise durch eine kurze Einarbeitung weiß, was ist jetzt zu tun und wie tue ich es. Und das ist etwas, was mich immer wieder umtreibt. Auch ich versuche das täglich immer einfacher zu machen, zu verbessern. Und da kannst du dir halt einfach täglich eine Frage stellen. Wie kann ich es einfacher machen? Und das ist etwas, was ich nicht nur beim Sponsoren, Rekrutieren versuche umzusetzen, sondern in meinem ganzen Geschäft einfach immer schaue, was kann ich noch einfacher machen, welche Dinge sind überflüssig, was kann ich weglassen? Wie kann ich es vielleicht so formulieren, dass es leichter verständlich ist? Kann ich vielleicht ein Video machen, was die Einarbeitung erklärt, sodass der neue Partner das jederzeit immer wieder nachvollziehen kann, sich das Ganze anschauen kann? Wie kann ich viele Videos vereinfachen, um vielleicht mit weniger Videos auszukommen? Also alles Fragen, die du dir für dich einfach stellen kannst. Und wenn du das Gefühl hast, dass bei dir die Duplikation nicht so ganz passt, dass sie vielleicht auch gar nicht da ist, dann musst du dich vielleicht einfach mal hinterfragen, ob bei dir das Geschäft einfach zu machen ist. Und wenn du die Menschen, wenn du es zu kompliziert machst, dann werden es die Menschen nicht verstehen. Und in dem Moment, wo sie etwas nicht verstehen, werden sie es auch nicht in die Realität umsetzen. Sie werden halt nicht handeln. Und deswegen ist einfach wichtig, immer sich diese Frage zu stellen, wie kann ich es einfacher machen? Und genau, und das war es auch schon in diesem Video. Das ist das Geheimnis, wie du Duplikationen im Network Marketing erreichst, indem du es einfach machst, dass es jeder, der bei dir im Business startet, auch relativ leicht umsetzen kann. Und wenn du das beherzigst, dann wird auch Duplikationen in deiner Downline stattfinden. In diesem Sinne wünsche ich dir jetzt ja maximalen Erfolg. Alles Gute. Wenn das Ganze hilfreich war für dich, dann teile es doch bitte gerne mit deinem Netzwerk. Ich würde mich sehr darüber freuen. Falls du Lust hast auf eine Zusammenarbeit, findest du unterhalb des Videos alle weiteren Informationen. Und ja, in diesem Sinne, ach ja, ganz wichtig, Kanal abonnieren nicht vergessen. Und ja, maximalen Erfolg. Alles Gute. Bis zum nächsten Video. Dein Oliver Schirmer. Ciao, ciao. 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 Vielen Dank.